Ich will den Warzone Modus hier nicht Ja grün, orange oder? Ich wollte eigentlich zu blau, aber die gehen ja schon dahin Orange, ja, dann dahin Ja, wenn wir uns dann zu orange einfach mit hingehen, dann ist gut, ja Die werden ja auch über deinen Ruf gefolgt Ich hoffe jetzt, bitte, ich brauche irgendeine Waffe Außer die hier Ich hasse es, ich möchte nicht schießen, wenn ich keine Pistole oder sowas habe Ja, ich war das, hier oben ist einer auf das Dach gelang Oh, ich bin gleich tot, da kommt ein Heli, ja, das war für mich, alles klar Ajo Ah, ich kann mich hier noch wieder verlieren, aber... Nee, natürlich kommt er mich und erfolgt er mich, ist klar Meinst du, wie findest du hier eine Waffe, Robert? Ach man, warum sterbe ich eigentlich immer als Erster jetzt in allen drei Runden? Oh, nee Pech, Leute Ich lande auf dem Heli Und schlag den Tod im Cockpit Mann, hör doch auf, was ist denn mit ihm? Der Kopfgeld, das ist der Kopfgeld Das ist über uns, ne? Ich geh mal gucken Ja, da hinten Ja, da hinten Ja, da hinten, wo der ist, der ist hinten auf dem, äh, wo zum Dach hoch geht an den Treppen Ah, hier, ich bin bei ihm Ah, hier, ich bin bei ihm Ne, war nicht in der Kopf, ach doch, war doch gefüllt, okay Da ist noch keiner Ah, zwei sogar Einer K.O. Oh, noch einer K.O. Geil, neuen Schuss noch, ich kriege einen Anfall schon wieder Hier gibt aber noch Munition hier vorne Ah, ich hab aber auch einen MP gefunden hier noch Ah ja, sehr schön, sehr schön Wunderbar, gut Load-Auschen wir auch holen Äh, oben auf dem Turm, K.O., hier landet einer bei uns Der ist oben gelandet Den haben wir, würde ich sagen Hat der Lieferungen? Du grill läufst raus und in dem Moment kommt der in die Tür rein Ja, ja, das war wieder klar Der oben, der ist tot, okay Ich sag dir, warte ich jetzt, mach AK Bullfrog, nehm ich jetzt mit Ja, da snipert schon jemand Dann können wir eigentlich Oder schon Sniper Money Richtung Headquarter vielleicht, oder so Ach, keine Ahnung Brauchst du Sniper Money? Brauchst du? Naja, auf 14, ne, also wenn du was entbehren kannst Naja, ich brauche ja nicht Hier unten Ja, ich will nicht oben auf dem Dach Der auf dem Dach Ja, also das Das bringt nichts Da sterben wir alle wieder Ja Weil Lila ist auch auf dem Dach, wa? Ja Oder kam der von unten Ja, mein Ding Probiert, aber Wir lassen uns jedes Mal dazu hinreißen Ja, immer wieder uns Den Tod bringen Wenn nicht von vorne, dann von hinten Ausrüstungslieferung ist unterwegs Ja, wir sollten irgendwie ins Headquarter dann gehen, glaube ich Das Das Also erstmal jetzt aber rüber über das Das, ja Ja, zu den Mates Irgendwie erstmal Ja, erstmal zu viert Irgendwo Wir landen welche Ah, der ist rein Da unten Da unten war einer Er ist geblendet Rose Schlampe Er ist nicht geblendet Er ist dann links weggelaufen Ja Ah, ok Er erklärt, warum der nicht geblendet war Ist nur einer oben von uns? Ja Einen ist nur oben, ja Beide sind oben und wir sind unten Ja, ich würde lieber unten lang Richtung Headquarter halt Noch kurz einen Schuss nachladen Ja, ja Ich geh mal hoch Warte mal, ich hab hier einen Hotschlagsfensor Feind schminkt er Irgendwo fliegt ein Heli wieder um Ah, der ist hier nicht weit weg gelandet Der Heli kommt Ist abgestürzt Hier, Steps, Robert Hier Ich nehme mal den Auftrag hier mit Nein Den hab ich glaube ich auch nur im Kopf getroffen Hier unten habe ich noch einen Wüsste ich ob da noch einer kommt Ich bleib ein bisschen hier in der Nähe von der Treppe her Ja, die sind da nämlich auch ganz gut Ich glaube die haben's Ich überleg, ob ich die Kiste mal hole Aber ich trau mich irgendwie nicht so richtig Wozu? So Na gut, die andere Kiste ist Zu weit weg jetzt Ich hab nur keine Maske Okay, wir sind drin Ah, ich hab... Können wir mal noch von der anderen Seite kommen Na ja, kurz mal probiert haben Ich geh mal kurz hier oben rauf Ob man bei den Uhr mal was sieht vielleicht Ich glaube da ist mehr los als auf der anderen Seite Guck mal, was bei Control abgeht Ah, jetzt kommen sie hier auf dem Dach Äh, über die Gondel Ah, den hat er Ich glaube er hat ihn Ja, wir waren auch in der Uhr Ja, wir waren auch in der Uhr Ja, wir waren auch in der Uhr Ich hab noch einer in der Uhr festzuhalten Ich weiß nicht, ob ich mal zum Shop gehe Ich brauche einen in der drinnen Äh, Nova auf dem Dach, Sniper Vorsicht Oh, guck mal hier landen sie Shieldbreak Ah, Sound Oh, wieder Sound 38,9 Meter und dürfte die Richtung sein von Hannover Hm Positiver Kontakt Das ist nur eine Frage der Zeit, bis die hier kommen Das denke ich mir auch die ganze Zeit Wundert mich eh schon, dass das so lange dauert Meiner Meinung nach kommen sie gerade Keine Ahnung von wo ich bis Äh, jetzt muss ich runter mir Platten holen Ich hab jetzt keine Platten mehr Warte, ich kipp den mal Hast du noch ein paar? Ah, ich weiß nicht was Ich würde halt trotzdem gerne mal eine Drohne holen Hä, was snipern die da weg? Ich seh nichts Ich probier mal zum Shop zu gehen, ne Irgendwie eine Drohne holen Da unten laufen sie Oh, da kommen gerade drei Leute Robert, beeil dich Ja, komm genau jetzt natürlich hier hoch Er ist tot Headquarter sind sie auch Einen hab ich da auch In dem Turm sind sie jetzt drin Ah, und jetzt kommen sie auf dem Dach natürlich Ist klar gewesen Shield Breakin Wo bist du denn? Unter dir Ich hab dich völlig verloren Auf PC Der ist hinter diesem Denkmal Da liegt der jetzt Karo Gegner Ja Muss mir mal Platten geben Ich hab den Ja Versorgungsstation Alter Scheiße, ich hab keine Platten Ich hab keine Im besten gehen wir hier lang Maske Maske Nicht Maske Maske Warte, mach ich nochmal einen Herzschlag raus 26,3 Meter Richtung Norden Da ist die Versorgungsstation Da ist die Versorgungsstation Okay Ob das Gas kommt Ja, die Versorgungsstation ist mir ein Tod Da wollte ich nicht hin gehen jetzt Mal hier lang vielleicht Da unten Ja Scheiße Naja, keine Chance Das konnte ich leider nicht überleben Boah, du siehst sie nicht, ne? Keine Ahnung Hinter der Mauer, ne? Die sind halt verteilt Die waren halt schon da unten Na, die hat ne beste Pose Wenn du aus diesem Gebäude rauskommst Die ist halt tot, ne? Scheiße Gucken wir mal kurz was zu trinken Ja, ich suche schon mal Nicht so schon mal Ich suche schon mal Ach, scheiße Schaade Ach, nee 4 gegen 4 noch Naja, ich habe immer noch nicht versucht Neee, ich habe mir gedacht, du brauchst länger Ja deswegen, ach man, ach nee, ach nö.